Nescafé Dolce Gusto. Die Kapselmaschine ist eine kompakte und automatische Kaffeemaschine, die mit ihrem modernen Design perfekt zu jedem individuellen Stil passt. Mit einer Vielzahl von Kaffeekreationen und einer einfachen Bedienung ermöglicht sie die Zubereitung von professionellem Kaffee in nur wenigen Schritten. Hochdrucksystem. Die Maschine verfügt über ein Hochdrucksystem mit bis zu 15 Bar, das eine perfekte Crema und einen vollen Körper des Kaffees garantiert. Hermetisch verschlossene Kapseln. Die Kaffeekapseln sind hermetisch verschlossen, um den Kaffee frisch zu halten und das Aroma zu bewahren. Play- und Select-Funktion. Mit der Play- und Select-Funktion kann die Größe des Getränks an die individuellen Vorlieben angepasst werden. Vorteile. Vielfalt. Mit über 30 verschiedenen Kaffeekreationen und Getränkeoptionen bietet die Maschine eine große Auswahl für jeden Geschmack. Einfache Bedienung. Dank der Play- und Select-Funktion und der automatischen Kapselerkennung ist die Bedienung der Maschine einfach und intuitiv. Kompaktes Design. Die kompakte Größe der Kaffeemaschine ermöglicht es, sie auch in kleinen Küchen oder Büros zu verwenden. Fazit. Die Nescafé Dolce Gusto Mini Mi-Kapselmaschine bietet eine Vielzahl von Vorteilen und Funktionen, die Sie zu einem idealen Begleiter für jeden Kaffeeliebhaber machen. Mit ihrer einfachen Bedienung, der großen Auswahl an Kaffeesorten und Getränken, der ausgezeichneten Kaffeequalität und dem kompakten Design erfüllt die Maschine alle Anforderungen an eine gute Kaffeemaschine.